Seht einfach, was da auf euch wartet! Ach, du Scheiße. Was ist das denn? Was muss ich machen? Was muss ich machen? Was schwindel? Schandal? Ah, okay. Ja, du bist gar nichts feiner. Komm mal her. Okay, ist klar. Wir wissen, wie es geht, Leute. Komm her. Ey, komm doch mal her, bleib doch mal hier. Scheiße. Ich will das Ding auch haben. Wieso hat der Typ keine Füße? Nein, 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 nein. Ernsthaft? Ah, der ist ja gemein. Ich muss also wirklich auf ihn warten, bis er bei mir ist. Wer braucht denn sowas? Wer braucht sowas? Es gibt schon vielmal bessere Prothesen. Er ist ja groß. Ernsthaft? Bäh. Was labert der da? Mann! Komm her! Scheiße. Nein, 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 nein! Nochmal. Ey, das ist der erste Endgegner und ich glüße sie schon so ab. Ist ja schlimm. Ich könnte voll einfach... Ja, ich könnte heulen. Wollte ich gerade sagen. Lass mich in Ruhe. So. Punkt 1. Punkt 2. Boah, wir müssen das bestimmt mehrmals als einmal machen. So, verkauzt mich schon. Komm an, komm an, komm an. Na bitte. So. Verschwinde, verschwinde. So ein kleiner Fuzzi. Weißt du, der kann eigentlich nichts ohne die Maschine. Weißt du? Scheiße. Ja, genau wie da hinter ihm. Das ist doch gemein. So. Sieht schon besser aus. Kannst wieder abhauen. Geht doch. Also dreimal insgesamt. Das geht doch. Das geht doch klar. Was? Was? Sagt bloß. Noch einer? Ja. Oh, die Musik kürzt aber. Voll so Ghetto-Slang. Weißt du? Sieht hier am allen x2. Schrandle. Wjet dich. Sieht heute. Ja, das geht doch mal. Hups. Runter. Das Team der Hoodlumps scheint heute ein echtes Organisationsproblem zu haben. Scheint wohl so. Na komm doch mal her. Hup! Huuck! Ja, es geht los! Das war ein Blitzstack! Komm! Huuck! Huutz! 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 Hu Huutz! Ah ja wunderbar! Eine fantastische Beinarbeit. Die Hoodlumps sind völlig waffen. Wie labert das denn? Ist das Remmin selber? So gut. Komm her. Alles schön mit Tumor nehmen. Auch wenn die Welt in Gefahr ist. Jedes Mal, wenn man Reine-Wert spielt. Aber das ist ja egal. Kommt her. Oh, hat er seinen eigenen Kollegen getroffen. Das geht ja mal gar nicht. Was? Nimm das Ding noch mit? Atmet das? Es lebt. Ach und du, Globox, könntest ja auch mal was machen. Nein, hab ich nicht. Komm. Nein, muss man... So was sagt man nicht. Wir nehmen hier ein Let's Play auf. Ich bitte dich. Kannst du doch nicht bringen. Raymond, hast du das gesehen? Ich hatte fast keine Angst. Oh, ja. Ja, und du hättest dir beinahe auch nicht die Hosen voll gemacht, du dickes Unlemmöbel. 100%. Yeah. Ihr könnt euch schon mal dran gewinnen, das zu sehen. Weiterhin 100%. Das wird nämlich jetzt nicht anders aussehen. So, wir kommen jetzt... Wo sind wir denn? Wir sind jetzt, glaube ich, beim Atem, oder? Oh, was war das denn? Komm, komm, bitte. Ich nehm mich mal den nicht, weil die schlagen mich sonst immer. Okay. Aber sonst erschiebt den nicht doch. Egal. Einfach aufhauen. Nein, ich höre mal nicht. Egal. Flieg da nicht einfach so rein, Mann. Du weißt doch nicht, was da hinter ist, Junge. Ich brauche dringend ärztliche Hilfe. Nee, kannst du auch von jemand anderem haben. So, dann sammeln wir die restlichen Diamanten ein, wie jedes Mal. Aber wie fast jedes Mal. So. Und es geht weiter. Zum Limäer-Doktor. Der Klobox hat nämlich Zahnweh. Wie sieht der denn aus? Also gut, schauen wir mal, was wir da haben. Ich starf doch. Verstehe, Sie haben einen schwarzen Lumps verschluckt. Da müssen wir zu härteren Mitteln greifen. Nein, oder? Yeah. Ich bin da rippen je hin verkrochen. Sie sollten einen Maren-Spezialisten zurate ziehen. Ich kenne einen sehr Juten im Land der wandernden Seelen. Ich verlasse sie jetzt, um meine Instrumente zu säubern. Ich will mal mit ihren Ausreden. Aber cooler Arzt. Das will ich auch mal hinkriegen mit meinen Armen. Aber muss ich auch so ein schönes Rock-Konzert gehen? Brauche ich auch keine Luftgitarre mehr. Nein. Ach, Mann. Ich will nicht. Mama, ich will, dass ich bin. Ich surfe nicht gerne. Ich bin sehr unsportlich. Uh, das war knapp. Aber er läuft doch ganz gut. Man muss sich bloß beschweren, dann klappt immer alles. Dann habe ich mich nicht beschwert. Verdammt. Okay, die Aktion war unnötig. Ich kann den Helikopter-Brick auf. Dimm, dimm. Dimm, 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 dimm. Dimm, dimm, dimm. Ja, ja. 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 Weißt du, was das für eine CD ist? Achtziger Hits. Jetzt bestellen und willkommen gratis eine Schlager-CD dazu. Wow. Die Musik ist super. Super tight. Gehen wir mal den gefährlichen Weg. Oh, die fahren hier auch weg. Scheiße. Die Gigamanten. Wow. Ich müsste so zur Arbeit fahren. Das geht doch nicht. So. Boah, ich bin gerade ein bisschen still. Kann das sein? Ich muss mich gerade voll konzentrieren. So. Ja. 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 Bis zum nächsten Mal.